Motorsport hat schon immer mein Leben bestimmt. Und wenn ich jetzt die Chance bekomme, meine Erfahrung an junge Fahrer weiterzugeben, dann ist es eine ganz tolle Situation. Und wenn du dann noch Erfolg hast, das ist die Grenze. Ein Top-10-Ergebnis wäre natürlich super. Den Speed haben wir, jetzt müssen wir es nur noch auf die Straße bringen. Saisonauftakt in Oschersleben. Das Team Engstler ist mit dabei bei der Tourenwagenmeisterschaft ADAC TCR Germany. Youngstar Luca, Sohn vom Teamchef Franz Engstler, ist einer von sechs Fahrern im Team. Letztes Jahr startete er noch in der Formel 4. Und nun im Tourenwagen. Ja, es hat eigentlich sehr früh angefangen mit Papa. Ich war auf jedem Rennen dabei, mit dem Wohnmobil und der Mama. Und ja, es war mein Traum das zu machen. Papa ist selber schuld, dass er mit dem angefangen hat. Und deswegen war das klar, dass ich das auch irgendwann mache. Pro Rennwochenende stehen zwei Läufe an. In der Qualifikation gestern nur Platz 28 für Luca. Eine Enttäuschung. Einfach nur angespannt. Aber jetzt schauen wir mal. Wichtig ist, dass ich in der Rookie-Meisterschaft vorne bin. Und jetzt gucken wir mal, was geht. In der Rookie-Wertung wird speziell auf Nachwuchstalente geschaut. Mit seinen 17 Jahren ist Luca auch dabei. Doch von weit hinten startend muss er sich nun durchs Feld kämpfen. Das internationale Feld umfasst insgesamt 44 Fahrer. Das heißt, auf der Strecke ist verdammt viel Verkehr. Das macht es sehr schwer für Luca. Also heute war es sehr tough. Zum einen, wenn man ganz hinten steht. Ich habe die Ampel gar nicht gesehen. Ich bin halt dann losgefahren, wenn die anderen losgefahren sind. Die hat mir aus allem rausgehalten. Einfach mein Speed gezeigt. Konnte viele Leute überholen. Luca landet in beiden Rennen im vorderen Mittelfeld. Doch am Ende steht er sogar auf dem Podium. Als Sieger der Rookie-Wertung. Sein Teamkollege Florian gewinnt zudem das zweite Rennen. Ein super Auftakt in die Saison. Man muss sich das vorstellen. Wir sind wie eine große Familie, die von Rennstrecke zu Rennstrecke reist. Das macht mir mega Spaß. Wie man sagt, das ist mein Leben. Ich tue alles dafür. Ich stelle alles hinten an. Dass wir das Ganze zusammen erleben dürfen und können, ist für mich natürlich klasse. Und wenn ich sehe, wenn er gestern auf dem Podium gestanden ist mit dem Vokal, kann ich nur sagen, ja.